Hallo ihr Lieben, wir schauen heute wieder in unseren Glückscase, was der wohl für heute bringt. So, und da ist auch schon unser kleines Zettelchen, wenn es denn rauskommt. So, was steht hier? Laufe nicht der Vergangenheit nach und verliere dich nicht in der Zukunft. Ja, diese Message ist ziemlich eindeutig, die sagt, bleibe im Jetzt, bleibe im Hier. Das ist eigentlich auch die einzige Zeit, die wir haben, denn wer in der Vergangenheit lebt, der wird wahrscheinlich traurig über die Dinge, die er verloren hat. Und wer in der Zukunft lebt, der hat vielleicht Angst vor den Dingen, die da noch kommen. Deswegen ist es am besten, man bleibt im Hier und Jetzt, da gibt es nur was Positives. Und ich freue mich darauf, dass heute ein schöner Tag wird. Ich wünsche euch alles Liebe. Baba.